Son Goku und Vegeta verbringen jede freie Minute mit ihrem Training, um noch stärker zu werden. Eines Tages erhalten sie plötzlich eine seltsame Nachricht. Und damit Hallo und Willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Ich habe eine sehr schöne Präzente, um zu sehen. Also, bitte, bitte. Wo ist hier? Ich habe mich jemandem gebeten, aber... Aber warum bin ich hier? Kakarot? Oh, Vegeta. Vielleicht hast du jemanden gebeten? Wer ist das? Ich habe auch jemanden gebetet. Ich habe auch jemanden gebetet. Was ist das? Wer ist das? Ich bin mir. Son Goku und Vegeta. Wer ist das? Mein Name ist Wiss. Wiss-San. Was ist das? Wiss. Wiss-San. Wiss-San. Was ist das, was ich? Jetzt habe ich mich. Warum haben wir uns aus diesem Ort? Warum ist es das? Das ist das, was ich zu sagen. Das läuft ein bisschen anders als im Anime und als im Film. Was? Für mich ist es wichtig, aber ich freue mich sehr, dass die beiden auch sehr stark werden. Hm, das ist natürlich auch ein Problem. Ich bin sehr, sehr stark geworden. Ich bin sehr, sehr stark geworden. Ich bin sehr, sehr stark geworden. Ich glaube, dass ich mich mit uns kämpfe, um zu kämpfen. Um, um, um. Dann können Sie sich mit Ihnen beherren, um mich zu beherren. Beherren? Das heißt, Sie können Sie mit uns beherren? Ja. Ich habe hierhin gekommen, um hier zu kommen. Das läuft ganz anders als im Film und im Anime. Das ist wichtig für mich, dass ich es nicht so gut bin. Es ist wichtig, dass ich es nicht so gut bin, sondern es ist nur das, was ich. Ich habe es schon gesagt, dass ich es nicht so gut bin. Es ist natürlich ein Problem, dass ich es nicht so gut bin. Gut, dann machen wir es. Wir müssen uns um die Tatsache beginnen. Aber heute ist es so, dass es ein Grunde ist. Das ist wirklich so, dass wir uns hier mit dir kennenlernen. Ist das gut? Bitte nicht so, dass wir uns nicht mehr darüber nachdenken. Ist das gut? Ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht! Das ist gut. Wenn ich mich nicht interessieren kann, kann ich mich nicht interessieren. Ich hoffe, dass ich mich für die beiden wünsche. Ich hoffe, dass ich mich auch für die Kraft bin. Ich hoffe, dass ich mich für die Zeit für die Vils-Sama bin. Vils-Sama? Hey, was ich jetzt? Ich weiß, was ich? Gott der Zerstörung. Beerus. Ich werde ihn nicht Bills nennen. Beerus? Hallo, Begeita. Es ist schon sehr lange. Was... 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 Wiss nicht gesagt hat. Ich möchte mich mit dem Schrauben. Schrauben Sie? Das ist ein Witz? Das war's, wenn ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, weil ich mich nicht mehr so fühle. Ich bin immer noch ein Witz, aber ich denke, dass ich mich nicht mehr so fühle, was ich. Oh, ja. Ach so, das ist... Ah, das ist der Verkaufstil des Verkaufstil. Der Herr der Welt der Verkaufstil. Verkaufstil? Das ist das, was ich sehr starkes. ich meine ob es nicht Würde ich gerne dafür spielen? Ich habe noch ein paar Sachen zu sagen. Ich habe noch ein paar Sachen zu sagen. Ja, bitte. 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 Ja. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja. Ja. Ja, bitte. Ja. Ja, bitte. Ich bin noch nicht fertig, Spiel. Alter, dieser automatische Textvorlauf, ne? Ich hasse es. Super-Stufen-Aufstiegstraining. Beim Super-Stufen-Aufstiegstraining gibt es in Kämpfen besondere Kampf- und Herausforderungsbedingungen. Kampfbedingungen wirken sich auf deinen spielbaren Charakter aus. Da sich diese Bedingungen auf die beste Herangehensweise auf den Kampf auswirken, solltest du sie dir genau anschauen. Herausforderungsbedingungen sind besondere Ziele, die auf Aktionen basieren, die du im Kampf ausführen kannst. Versuche möglichst viele davon abzuschließen, um Belohnungen zu erhalten. Kannst du dir ein Pausenmenü ansehen. Besiege einen Gegner mit einem Super-Angriff. Füge einem Gegner einmal Schaden mit einem Nahkampf-Super-Angriff zu. Füge einem Gegner dreimal Schaden mit einem Key-Super-Angriff zu. Okay. Versuchen wir mal. Oh, wow. Ähm. Wenn du einen Charakter verstärken möchtest, versuch es doch mal mit Wallwasser. Wähl jetzt einfach über das Gegenstandsmenü im Hauptmenü aus und lege dann einen Charakter fest, deswegen soll der Charakter erhält daraufhin EP. Es gibt verschiedene Arten von Wallwasser, die jeweils unterschiedliche Mengen EP bringen. Ähm. Okay. Ja, das war ein super Training. Also ich bin für mich auch ganz erschöpft und so. Okay. Dann gehen wir mal mit den Schaden. Hm. Wir haben noch nicht den Schaden des Virus, aber... Na. Okay. Okay. Ja. Okay. Jetzt geht's rein? Okay. Okay. Ich bin nicht immer, okay. Ultimative Kaioken. Limit Break Training. Okay, okay, we're gonna do it with full power! Ja, das ist aber auch nicht so weit, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir überlevelt sind. Super! Hör, du hast alles in Kraft gemacht, aber die Virus-Sahme ist völlig in Ordnung. Das ist so, oder? Du bist so, oder? kann ich nicht einfach kämpfe hintereinander weg machen ohne jedes mal eine cutscene zu haben wenn ihr auf level 5 startet im dlc bitte so Ja, wirklich? Aber du bist so, dass du hier leben. Das heißt, du bist so, dass du das Recht. So, das ist das? Das wäre dann schön. Aber du bist nur das. Du bist so, dass du die Kraft haben kannst, dass du die Kraft haben kannst. Ja, ich bin viel, 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 Ich bin schon durch mit dem Spiel. Was willst du von mir? Ja, genau. Danke. Ja, ja. Oh, meine Güte. Lass uns einfach kämpfen. Was ist denn hier los? Lass mich doch einfach... ...Gedöns machen hier. Ich fasse es immer noch nicht, dass er mit einem Schlagdown war. Füge einem betäubten Gegner 30 Mal Schaden zu. Das wird nicht gehen, weil der bestimmt wieder vorher tot ist. Kombo von mindestens 30 Treffern wird auch nicht gehen. Innerhalb von 2 Minuten gewinnen schon. Wow. Z-Herausforderung. Sehe ich jetzt irgendwo, welche ich abgeschlossen habe? Ne, ne? Ist also... ...völlig egal, ob ich die schaffe oder nicht. Alles klar. Es gibt mir halt nur entweder den Bonus oder es gibt ihn nicht. 50 Mal Schaden mit einem super Angriff. Der wird doch schon vorher wieder tot sein. Stufe 70, das ist schon in der Ehe interessant hier. Erhöhter Folgeangriff Schaden, den der Spieler dem Gegner zufügt. Erhöhter Schaden, den der Spieler bei jedem Ausweichen zufügt. Verringerte Ki-Kosten. Spam. Spam. Ah, endlich. Das macht schon mehr Spaß. Alter. What? Das war mal ein geiler Angriff. Kann ich den lernen? Stufe 100, Gott. Erhöhter Betäubungsschaden, erhöhter Nahkampfschaden, erhöhter Ki-Angriffschaden. Okay. Mal kurz aufladen. Okay. War er echt zu weit weg dafür? Ich bin für das Ding. Feuer! Ausweichen. Ausweichen. Ah. Haben wir nichts gewonnen? Schade. Hat auch 15 Mal Schaden zugefügt. Empfohlene Stufe 150. Er macht interessante Sprünge hier. Ich will es probieren. Ich hätte mir vorher regenerieren sollen. Das könnte einen Moment dauern. Auf zu blocken. Ich gehe aus dem Weg. Ich mach mal. Dauert aber ein bisschen. Was? 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 Ich? Was? 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 Oh, wow, die irgendwie damals zieht fast nichts ab. Okay. Dann. Machen wir den hier. 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 noch mal aufladen Ich denke es noch. Ich mache erstmal ein bisschen Kombo hier. Aufladen. Werde Boost. Warum ist Zeitlupe? Ich habe keine Ahnung was das war, aber es war cool. Das ist ein Werde Boost, ne? Was mache ich denn? Oh Gott. Das reicht immer noch nicht. Ja komm. Guter Kampf. Zwei Sachen abgeschlossen. Stufe 200. Was bringt denn das Zeug, was ich bekommen habe? Ist das hier oder ist das beim Essen? Wir suchen. Wie auch immer es heißt. Hier. Weihwasser. 5000 EP gilt von Stufe 1 bis Stufe 75. Das heißt, das kann ich nicht mal mehr nehmen oder was? Was passiert denn, wenn ich davon eins nehme? Ach, das kann ich einfach nicht mehr nehmen. Okay. Gilt von Stufe 1 bis 100. Kann ich nicht mehr nehmen. Gilt bis Stufe 150. Okay. Heut ich mal auf 108. Was kriegen wir dich? 104. Gilt bis Stufe 200. Gilt bis Stufe 200. Das heben wir uns dann ab 150 auf, würde ich sagen, ne? Sollte man dann vorher vielleicht nicht verballern. Superfähigkeitenbaum. Du hast irgendwas neues freigeschaltet, nämlich mein Freund. Was ist das? Achso, Super Saiyan God. Das sind die neuen Sachen. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir das alles nicht? Meister des Multitreffers. König des Ki geht ab 110. 115. 110 brauchen wir für Super Saiyan 2. Was brauchen wir bei dir? Du hast schon. Du kannst nicht besser werden, was das angeht. Limit Break Training für Super Saiyan God. Kann ich eigentlich mit beiden kämpfen? Nein. I cannot. Okay. Dann haben wir mal den ersten Schritt in den DLC gewagt. Und beim nächsten Mal darf er sich hier ausprobieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Dragon Ball Z. Kakarot. Bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal. Al